Ein ganz besonderer Hase. Guten Appetit, Hase. Sucht ganz dringend. Okay, Plan B. Einen Freund. Partner, Vermittlung, Freund und Partner. Äh, hallo, ich suche einen Freund. Wie soll er denn aussehen? Braun wäre schön, hasengroß und er darf auf keinen Fall Ohren haben. Sagen Sie mal, wollen Sie mich veräppeln? Ich möchte doch nur einen Freund. Bis eines Tages eine Überraschung vor der Tür steht. Oh. Suche, gefährliche Tiere, die aus Eiern schlüpfen. Alligatoren, Schlangen, Peile. Suche auf ihre Region begrenzen. Kein Treffer. Kann es sein, dass dir ein Ei zugelaufen ist? Autsch, ich wollte es doch nur streicheln. Doch damit? Ich glaub's ja nicht. Hat er kein Ohrhase nicht gerechnet. Piep. Ein Zweiohrküken? Nee, oder? Mit einem ganz besonderen Wunsch. Aber ich möchte doch so gerne fliegen. Ein Küken könnte doch nicht fliegen. Hey, ich helfe dir jetzt einfach herauszubinden, wie fliegen geht. Und dann ist die Sache doch gerätzt. Wirklich? Komm, es geht los. Oh ja. Erster Punkt, Ausdauertraining. Und los. Das gibt eine leckere Brühe. Das ist ein Moment, der mir für immer bleibt. Das hier ist ein Moment, der mir für immer bleibt. Der Kinospaß für die ganze Familie. Mit den Stimmen von Emma Schweiger. Bereit. Till Schweiger. Das ist doch super. Und Matthias Schweighöfer. Du siehst zum Anbeißen aus. Kein Ohrhase und Zweiohrküken. Dieses ewige Gequake. Demnächst im Kino.